Hallo und Willkommen zurück hier bei Dying Light. Ja, wir müssen jetzt Raim suchen. Der ist, ah, gar nicht so weit weg. Ja. So, ich würde gerne nochmal hier oben zum... Nice, hochgekommen. Mal gucken, was er hier für uns hat. Ein Fleischer-Hackmesser. Oioioi, mach das einen. Das holen wir uns. Wunderbar. Dann können wir hier ein bisschen was verkaufen, würde ich mal sagen. So, wir haben jetzt einen mit 88 Schaden. 73, 63, 81. Da würde ich sagen, verkaufen wir den Cricket-Schläger. Und den hier noch. Und dann das ganze Zeug, was wir hier noch dabei haben. Das ist ja auch so viel wieder. Sehr schön. Dann... Inventar. Das hier können wir wohl auch schon mal upgraden. Paladin ist Handling. Plus 36 und Haltbarkeit hoch. Wow. Ich kriege hier Champion, Paladin. Und das Handling noch mal höher. Nee, die Haltbarkeit. Upgrade bestätigen. Nee. Ja, ja, ja. Jetzt ist das hier ein richtig... Das ist, äh... Na? Nahkampfwaffe? Um einen starken... Achso, dafür brauchen wir unter Wasser Algen. Okay. Vielleicht, äh... Irgendwann später noch mal mit einem Mod aushausten. Ja, und ich raub dich in der Zwischenzeit noch mal kurz aus hier. Das verkaufe ich auch gleich wieder. Oh, Gewebe eines Flüchtlers kann man auch verkaufen. Aber das ist mir... Deutsche 9mm Pistole. Ganz schön teuer. Schwere Bula, wa? Wir versuchen jetzt hier erstmal, Rahim irgendwie zu helfen. Ist erstmal an wichtigster Stelle, würde ich behaupten. Könnte vielleicht der schnellste Weg hier sein, wenn ich hier rübergehe. Oh, ein Exploder. Oh. Diese ekligen Exploder. Ne, da krieg ich immer noch Kotzen bei. Oh, das ist hier auch noch so ein schneller. Oh, alter. Was wollen die alle von mir? Oh. So, ich hoffe jetzt ist hier ein bisschen Ruhe. Und wir sind auch schon so gut wie da. Oh. So, den hätten wir, den giftigen Hayopi. Oh, Neuwendigkeitsstufe. Sehr schön. Gleich verteilen. Oh. Und Überlebens haben wir... Überlebenspunkte hier auch. Sterne. Elektrik. Elektrozaun fallen ein. Tarnung. Oh, hier Tarnung. Lernen Sie, wie man Leichen dazu nutzen kann, um sich von der... Um sich vor den Infizierten zu verbergen. Das nehmen wir doch selbstverständlich mit. Und? Parcours. Verbessern Sie sich im Parcours. Sie können länger rennen, schneller klettern, erhöhen schneller. Ihre Wendigkeit enthalten Zugang zu neuen Lauffertigkeiten. Crop Kick Bombe. Hier. Ah, ist oben weiter. Okay. Aber jetzt auch noch nicht, dass es... Na toll. Wie kommen wir hier zum schnellsten da oben hoch? Das ist jetzt natürlich die große... Quizfrage. Ah, vielleicht... Oh, ich wollte gar nicht rüber. Vielleicht funktioniert das sehr schön. Ah, der ist natürlich hier auf der Autobahn ein Beweis, was da jetzt noch wieder auf uns zukommt. Oh nein, das ist gar nicht gut. Das ist er nicht. Das ist er auch, nicht? Rahim, wo zur Hölle bist du? Brecken, ich bin's. Auf der Überführung sind nur Leichen. Keine Spur von Rahim. Mist, wo könnte er hin sein? Ich rät ihm, sich im Zugdepot zu verstecken. Finde ihn. Verstanden? Hoffentlich ist der Kerl noch am Leben. Oh. Krass. Da bin ich aus Versehen runtergefallen. Das wollte ich gar nicht. Durchsuchen sie die Lagerhäuser nach Haken? Was? Das nach den Haken werde ich später nochmal nachschauen. Ah, hier haben wir hier roten Rauch. Könnte natürlich gut sein, dass der da auch drinnen steckt. Oh, kurz nochmal hier ein bisschen Gärtnerarbeit machen. Hey. So, ich hoffe, den haben wir gefunden. Auf der Überführung habe ich nur Leichen gefunden. Rahim konnte offenbar flüchten. Ich hatte ihm gesagt, er solle sich im Zugdepot verstecken. Also besteht noch eine gewisse Chance, dass er im Leben ist. Komm schon, Rahim. Stirb nicht. Ja, aber wir müssen hoffen, dass er nicht stirbt. Da könnte der wohl drinnen hocken, wa? So, kommt bloß her. Ich nehme es mit euch allen auf. Boah. So. Ach, und jetzt kann ich mich hier auch mit denen tarnen? Hey. Ah, krasse Sache. Ihh. Ihh, jetzt macht ich das weg. Ihh. Hätte ich das gewusst. Wo ist meine Waffe, Junge? Ah, die ist da weiter geflogen. Wunderbar. Ich dachte, das wäre aus. Da habe ich sie scharf gemacht. Sie gehen in fünf Minuten hoch. Scheiße, du blutest. Oh, eine Schnittwunde. Killerkram. Schnell, leg die Sprengsätze. Bewege dich nicht, klar. Bin gleich wieder da. Der wurde gebissen. 100 pro. Oh, ich hasse es. Iba. Was sind Sie irgendwo erwartet in dieser ekligen Kanalisation? Okay. Gehen wir mal wieder nach oben. Okay, wir sind also... Okay, ich bin wieder an der Oberfläche. Siehst du den großen Abzugskanal zu deiner rechten? Da musst du durch. Wenn du heute im Gebäude bist, geh die Ampe hoch zum nächsten Stock. Du musst den Sprengsatz an einem der Stützpfeiler anbringen. Ich soll da rein, bist du scheiße? Ich soll da rein, bist du scheiße? Ja. Ich sehe nichts. So, ich versuche die hier auf jeden Fall nochmal klein zu kriegen. und dann werde ich mich mal mit der Scheiße einschmieren und versuchen, da irgendwie so durchzukommen. Na komm. So, ich hoffe, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Oh, jetzt muss ich mal kurz mein Auge kratzen, dann liegt ein wenig. Achso, den haben wir schon gelootet. Oh, ich habe nicht mehr viel Zeit. Nur aber schnell. Wo muss ich... Oh, zu spät. Und... Quest fehlgeschlagen. Gleich nochmal. Rahim, kannst du mich hören? Wo zum Teufel muss ich hin? Es gibt hier im Endbahnhof nahe der westlichen Wand einen Eingang zu den Abwasserkanälen. Der führt dich direkt zum Nest. So, wunderbar. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo wir ungefähr hin müssen. Oh, apala. So, und auch nicht mehr so lange aufhalten mit den, mit den, ähm... Gedenken es da. Okay, bin wieder an der Oberfläche. Siehst du den großen Abzugskanal zu deiner rechten? Da musst du durch. Sobald du im Gebäude bist, geh die Rampen hoch zum nächsten Stock. Du musst den Sprengsatz an einem der Stützpfeiler anbringen. So, schnell. Schnell einreiben mit der Suppe. Okay, erster Sprengsatz platziert. Gut, hör zu. Finde eine Treppe nach oben in den nächsten Stock. Soll ich nach einem weiteren Pfeiler wie dem ersten um... Oh, ich bin echt so angespannt gerade. Oh, ich bin echt so angespannt gerade. Ja, verreck halt. So, hier gleich nochmal wieder einschmieren. Ja, ist eklig, aber müssen wir jetzt leider durch. Oh. Oh, Gott. Alles klar gefunden. Und jetzt? Oh, raus. Ist nur die Frage, wie? Oh, das läuft doch bisher noch ganz gut. Was? Quastel? Wollt ihr mich verarschen? Ja, das machen wir aber noch in dieser Folge. Dann funktioniert das also wohl gar nicht so richtig. Und wenn ich mich da jedes Mal wieder mit einreibe, dann renne ich da jetzt wohl einfach mal so durch. Und hoffe mal, dass das dann doch irgendwie klappt. Okay, bin wieder an der Oberfläche. Siehst du den großen Abzugskandad zu deiner rechten? Da musst du durch. Sobald du im Gebäude bist, geh die Abbruch zum nächsten Stock. Du musst den Sprengsatz an einem der Stützpfeile anbringen. Ja, ja, nicht verteilte Fertigkeitspunkte. Ich weiß, habe ich jetzt aber gerade keine Zeit zu. Okay, erster Sprengsatz platziert. Gut, hör zu. Finde eine Treppe nach oben in den nächsten Stock. Räu dich nach einem weiteren Pfeiler wie dem ersten um. Ja, ja, ich weiß ja ungefähr wo. Nämlich dort. Oh, jetzt bin ich ja gerade sehr, sehr angespannt. Ich hoffe nur, dass wir das irgendwie schaffen, da rauszukommen. Oh, schnell weg. Oh, das Ding geht. Oh Gott, schnell zurück. Wie spät haben wir das? 11 Uhr, also 12 Uhr gleich. Auch noch eine schöne Zeit. Oh, was ist hier denn? Das ganze Ding ist ja jetzt unter Wasser. Oh. Das war vorher aber noch nicht. Der hat sich bestimmt verwandelt. Das ganze Gebäude ist eingestürzt. Oh, Scheiße. Oh. Oh. Ich bin's. Ich bin's Gruppe. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Oh Gott. Stopp. Eine verdammte Bisswunde. Du verfluchter. Dumme. Dumme Junge. Oh, dieser... Hörst du mich? Was ist passiert? Brecken. Rahim. Rahim ist tot. Verflucht. Komm zurück. Und kein Wort zu Jade. Noch nicht. Oh Gott. Vorher werden wir auch mal die Talentpunkte hier noch mal verteilen. Und dann gehen wir in eine kleine Folgenpause. Wenn Sie denselben Gegner mehrfach treffen, erhalten Sie jedes Mal einen Schadensboost. Gegen unheulte Rammer und andere spezielle Feinde kann das hilfreich sein. Ein kräftiger Schlag. Kraftangriff. Mehrfachwurf. Nehmen wir hier Panzerhaut. Sehr schön. Oh. Okay. Und dann gehen wir in eine kurze Folgenpause und sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Tschüüü. Tschüüü.